Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich bin once again zurück. Ich will es fast nicht mehr sagen, weil irgendwie bin ich dann irgendwie trotzdem immer wieder direkt verschwunden. Aber jetzt sollte ich das ändern. Ich will versuchen wieder jede Woche ein YouTube-Video hochzuladen. Ab und zu mal ein bisschen zu streamen auf Twitch. Und ja, das ist eigentlich once again so ein Zeichen. Ich bin wieder da. Ich gebe wieder Gas oder ich versuche wieder Gas zu geben. Ich habe jetzt aber auch wirklich mehr Zeit als vorher, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin jetzt dann gleich drei Wochen in Hamburg. Schüleraustausch von Schule her, Ausbildung, dies, das. Ist nicht weiter relevant, aber ich gehe zu Reds. Und wir haben da ein paar Sachen geplant. Wir haben auch schon zusammen geplaudert nach einem Stream. Das ganze Video, wo diese generellen Infos sind, sind bei Reds. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und hier oben auf dem i irgendwo ist es hier oben. Wenn ihr euch dafür interessiert, was wir bei ihm so ein bisschen machen. Wir werden uns auch das erste Mal halt in real life sehen. Schaut das Video bei Red gerne an. Das hier soll nur ein kurzes Infovideo sein. Ja, viel mehr muss ich eigentlich auch gar nicht sagen. So, ich bin zurück. Ich versuche mir Mühe zu geben. Wäre cool, wenn ihr ein Like da lasst beim Video. Und vor allem ein Abo. Die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr auch Benachrichtigungen. Weil es manchmal vielleicht etwas unregelmäßig sein wird. Dazu, schaut gerne auf Twitch vorbei. Der Link ist auch bei dem Kanal links halt. Da könnt ihr dann, oder gebt einfach auf Twitch-mineking-ttv ein. Auf Twitch dürft ihr natürlich dann gerne den Follow da lassen. Ich weiß ja nicht. Da kann man ja die Glocke nicht aktivieren. So, ich weiß. Keine Ahnung. Auf Twitch versuche ich auch ab und zu einfach ein bisschen Gameplay abzuliefern. Nichts krasses. Manchmal vielleicht schon. Manchmal mit Red. Manchmal mit anderen. Aber auf jeden Fall jetzt. Einfach gemütlich manchmal ein bisschen zocken. Wenn ich Bock habe. Schaut gerne vorbei. Findet ihr auch alle links und so. Würde mich sehr unterstützen. Und vor allem sehr freuen. Ja, ich brauche das jetzt auch gar nicht weiter in die Länge zu ziehen. So unnötig. Ich wollte nur sagen, ich bin zurück. Grober Plan. Und wie es dann rauskommt, zählen wir sowieso erst in der Zukunft. Deswegen. Ja, und wenn ihr das Video dann schaut, dann habt ihr auf jeden Fall mehr Infos. Deswegen schaut da mal gerne vorbei. Ich hoffe, ihr seid auch im Start, wenn es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gehalbt. Ich hoffe ihr auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich bin auf jeden Fall.